Was geht, Cory hier. Und willkommen zurück auf meinem Channel. Und danke für 3000 Abonnenten. Ja, es ist keine große Zahl im YouTube-Megaspace, aber für mich schon. Ich habe vor ein paar Jahren diesen Channel angefangen und mir gedacht, hey, ich möchte das auch machen, wenn nur eine Person zuhört. Denn wie in Kolosser 3,17 und alles, was auch immer ihr tut oder sagt, soll im Namen von Jesus den Herrn geschehen, durch den ihr Gott, den Vater, danken sollt. Oder 1. Korinther 10, Vers 31, wo es heißt, was immer ihr esst und trinkt oder tut, das tut zur Ehre Gottes. Aber trotzdem danke ich, dass ihr so zahlreich liked und abonniert und kommentiert und mich einfach so supportet, damit ich weiterhin Gottes Wort weitergeben kann und damit Gottes Wort weiterhin verbreitet wird und zu mehr und mehr Menschen und mehr und mehr Menschen erreichen kann. Ich freue mich auf die nächste Zeit. Ich möchte noch ein paar neue Bibelstunden machen. Ich möchte Livestream machen. Ich möchte noch Themen ansprechen, die vielleicht ein bisschen härter sind. Aber ich möchte vor allem auf euch hören und wissen, was ihr so hören wollt und welche Themen ihr wichtig findet. Und deshalb schreibt mir die doch unten in die Kommentare. Und zum Schluss möchte ich euch noch einen Vers mitgeben. Und zwar im Psalm 115, Vers 1 heißt es, Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern dir steht Ehre zu für deine Gnade und Treue. All das hier mache ich nicht für mich, sondern um Gott zu verherrlichen, um Gott zu achten und vor allem Gott zu dienen. Und das war es dann auch schon für heute. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, Corey hier, ihr da, alles klar.